Hey Leute herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games Es wird wieder Zeit für Lego City My City 2 Meine Stadt 2 Leute Die Fortsetzung von Lego City My City War schon echt cool und das ist jetzt noch cooler Leute Bei diesem Spiel können wir unsere eigene Lego Stadt bauen Wir können eine Gefängnisinsel bauen Oh und es geht mega ab Und wir machen weiter Wir waren dabei die Gefängnisinsel zu bauen Und dafür waren wir letztes Mal bei der Vulkanmission Die haben wir nicht geschafft Die war viel zu hart Deswegen um uns ein bisschen aufzubauen Heute mal mit einer Mit einem neuen Fahrzeug Alles klar so bauen wir das zusammen Ein Polizei Buggy Damit verfolgen wir heute mal ein paar Verbrecher Um wieder ein paar Bolzen zu sammeln Und selbstverständlich auch Folglich Lego Steine bauen zu können Und da ist wieder der Gauner Wir werden ihn rammen und zu 100% Schaden bringen Natürlich die Sirene an Blaulicht Okay und das gibt uns glaube ich immer einen Boost Da denkt sie auf jeden Fall ein bisschen komisch Der hier der Buggy Yes Bei 60% Komm Jan Dich erwisch ich Dich erwisch ich mein Freund Uts 80% Und 100% Wir haben die Strecke geräumt Und unseren Tief gefasst So wie viel gibt das jetzt nochmal 177 Das muss für die Gefängnisinsel reichen Leute Das wird für die Gefängnisinsel reichen Yes Schauen wir uns das mal an Hey die Gauner müssen irgendwo eingesperrt werden Wo sie nie wieder rauskommen Bau das ultimative Gefängnis So wir haben das Gebäude fertiggestellt Schaut euch das an Das Gebäude Insel Polizei Hauptspartier Ist super Hör jetzt nicht auf Bau weiter Wir brauchen dich Selbstverständlich Machen wir weiter Und zwar mit dem Leuchtturm mit Aussicht Das Leuchtfeuer war so heiß Dass es den Leuchtturm in Brand gesetzt hat Bauern einen neuen Damit die Schiffe weiterhin sicher sind Selbstverständlich Da helfen wir doch gerne Und wir haben auch wieder Ein Schatz freigeschaltet Diesmal Ein großer Hubschraubermotor Sehr sehr gut So toll wäre natürlich Wenn wir hier auch Neue Missionen machen könnten Jetzt aber ich glaube Wir bleiben erst mal Hier So Eine neue Feuerwehrmission Diesmal aber mit diesem Ja Feuerwehrwagen Der sehr sehr klein ist So Und dann wollen wir mal schauen Wo es brennt Wahrscheinlich wieder Fünf Feuer Jawohl So Auch hier die Sirene an Ich muss sagen Diesen Fahrzeugen Pferd ist sich Definitiv viel schwieriger Und wir brauchen jetzt Rote Bolzen Und keine blauen mehr Aber dementsprechend sind auch Nur noch blaue Äh rote vorhanden Sorry So hier ist das erste Feuer Das wird selbstverständlich Von uns gelöscht Klar Kein Problem Einfach hier Durch den Park Und auch hier können wir Rüberspringen Habe ich natürlich jetzt nicht geschafft Dieser riesigen Rampe Ich komme hier nicht durch Ich komme zum nächsten Feuer Aber das Fahrzeug scheint schneller zu sein Als der große Feuerwehrwagen Dieser Buggy hier Oder das Quad Weg da Unter dem Autoscooter hier Wo ist das nächste Feuer? Da, ich sehe es schon Wow Vorsichtig Lenken Sehr gut Umdrehen So Feuer Nummer 4 Auch gelöscht Wir sind super dabei Wir sind super dabei Und wir haben noch voll viel Zeit Oh Kommt nicht durch Hängt mal an Strecke geräumt Oh Ich bin vor Und das Feuer Hier war das Feuer Sorry Ah Habe ich wiedersehen So Und auch Feuer Nummer 5 Ist gelöscht Sehr gut Klasse Klassi Sehr gut Es kann sein Es kann sein Dass das sogar für Unseren Leuchtturm reicht Wollen wir mal gucken Oh ne Wir brauchen 1000 Sorry Das habe ich aber nicht gesehen Was gibt es denn für Missionen? Spiele dreimal die Vulkanmissionen Okay So Aber ich möchte jetzt Was können wir denn Was haben wir denn jetzt Für ein Fahrzeug hier? Wow Ah jetzt können wir selber Der Gauner sein Roter Pickup Und Jetzt bin ich mal gespannt Okay Da bin ich mal gespannt Okay Okay Ne wir sind anscheinend Ne Das verstehe ich jetzt nicht Ah ich dachte wir wären jetzt Der Gauner Und wir können fliegen Okay Okay Das hier cool Schau dich das an Wir fliegen Ah hier können wir rüberfliegen Das hier cool Flieg Bei jedem Treffer Ziehen wir ihm eigentlich 20% ab Ja Drüber Das war nicht gut Dich erwischen wir noch Dich erwischen wir noch Keine Sorge Das hier cool Das hier cool Drüber Oh ne wir mussten drüber Jetzt wird es ein bisschen schwierig Aber mit Polizeiwagen Mit dem Boost Speed Boost Ging das ein bisschen schneller So Kreuzen ihn den Weg Da da Yes wir haben ihn erwischt Das war ein bisschen zu hoch Das macht mega viel Spaß Mit diesem Ding hier Aber ist auch ein bisschen anstrengend Muss ich sagen Nein jetzt kommen wir da nicht durch Ist nicht hängen geblieben Da Da haben wir ihn erwischt Mit unserem Hubschrauberwagen Sehr gut Das sehe ich auch zum ersten Mal Cool 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 Heute wollen wir Den Leuchtturm bauen Den haben wir Oh wir haben gerade mal die Hälfte Das dauert Vielleicht noch eine Mission Vielleicht noch eine Mission Kleine Räder Vielleicht mal wieder eine Mission Hier auf dem Meer Und zwar Mit dem Jet Ski Mit dem Polizei Jet Ski Damit wollen wir jetzt Gauner fangen Da sind sie Und die müssen wir einfangen Leute Zehn Stück Das kriegen wir hoffentlich hin Der Sirenenmast Und damit werden wir ganz schnell Wow die Jet Ski sind aber echt schnell Muss ich sagen Da ist schon der nächste Die kriegen wir auch Einfach in den blauen Bereich fahren So da sehe ich schon den nächsten Batsch Nummer 3 Die sind auch Wir sind auch Wir sind auch heil hier Wow 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 Schaut dich das an Wow Wie schnell Das ist ja cool So ich sehe schon den nächsten Komm mal hier hin Mein Lieber Komm mal hier hin Dich haben wir auch Der Dich ist Nummer 4 Wo ist Nummer 5 Wo ist Nummer 5 Da ist Nummer 5 Und ich sehe schon Nummer 6 Direkt hinter uns Da ist Nummer 5 Und da ist Nummer 6 Da kommst du nicht mehr raus Mein Lieber Wir aber schon Die Nummer 7 Das geht relativ flott Und es wird uns ja jetzt auch Angezeigt wo wir hin müssen Es gibt auch rote Jet Skis Hier Jet Skis anscheinend Vielleicht können wir die ja auch Freischalten Da ist unser Boost Und Da ist unser nächster Nächster Gauner Warum wird der denn nicht befasst Nein 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 Was ist denn los So Nummer 8 Wo bist du Nummer 9 Die kriegen wir auch noch Ganz ganz schnell So Da sind die beiden Ganoven Die fangen wir doch gleich hintereinander Und ein Hubschrauber Hilft uns selbstverständlich Ja Das ging super schnell Leute Wir haben wieder viele Bolzen gesammelt Diesmal die roten Echt cool Super Hat sich auf jeden Fall gelohnt Ist der Leuchtturm schon fertig Vielleicht erst in der nächsten Folge Leute Ja Wir brauchen noch ein bisschen Seid da auf jeden Fall auch wieder dabei Lego City My City 2 Wenn euch dieses Spiel gefällt Gerne Daumen nach oben Wenn euch das Video gar nicht gefällt Daumen nach unten Aber trotzdem Abo da lassen Leute Für die neuesten Apps und Spiele Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ciao